nehmen wir hier wie viel nehmen man 50 erst mal kommt noch 50 hiervon ich würde sagen wir fangen einfach an einfach rein da machen wir uns das hier mal so ein bisschen schick also wenn ihr set und upgrade station der dutier save upgrade erst mal natürlich wie gewohnt plus sieben auf low basis okay was war das für eine chance 81 prozent und der feld wirken es nicht aha so dann plus sieben immer gleich durch würde ich sagen nein nicht dieses spiel jetzt auch gar kein bock also plus acht mal mit low also wenn ich schon auf plus sieben ist auf dem sieben ist ja schon cancer also plus acht habe ich gar nicht die geduld das wären jetzt noch 18 prozent 18 prozent ich habe ja gar keine mits mehr so ich sehe ich mich dran so helm und tut haben wir schon mal jetzt noch die gowns und die boots die gowns sind kerst ja nicht mal bei 81 prozent dann soll ich noch plus acht abkühlen weiß ich habe bis jetzt alles ohne spass auf acht gemacht ja wenn man sich vielleicht die metz und so tonnweise selber fahren würde ich sagen okay da rechnet sich definitiv ich weiß nicht so viele metz wie du dann wahrscheinlich verhaust noch das acht zu machen ich weiß nicht ob sich das rechnet kann schon sein dass sich das rechnet okay jetzt können wir auf es protect zu wünschen habe ich es protect hier ja 50 stück habe ich eigentlich aufgehebt für mein nox hat plus 10 aber wir werden jetzt erstmal das hier plus acht machen hoff ich zumindest hoff ich zumindest hier guck mal wie viele choice das jetzt gebraucht hat heftig oh warte mal da müssen wir gleich rausklicken das hatte ich nicht begrenzt gehabt so zweites teil ist auch plus acht das ist jetzt kommt schon 13,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 ah, da ist es und da ist es so gut das haben wir plus plus acht jetzt das set dann machen wir natürlich noch piercing ist klar dafür haben wir nämlich auch die vier lightning karten sieben prozent ich hatte auch glaube ich noch ein projekte gehabt 3 schon, und plus 4, plus 4, bitte, ok danke, ich weiß jetzt viel mehr vom Wert was du verballert hast, kann möglich sein, ja, naja, sind hier schon raus, was machen wir jetzt noch mit den restlichen Materialien, was wir haben, auf jeden Fall machen wir hier noch die Lightning-Karten rein, so 28% ATK noch, so, na, Axt, Pacing Attempts könnten wir hier noch probieren, sind hier nicht Pacing Attempts, ne, auf eine Axt, können wir eigentlich machen, 3 Attempts, ähm, G-Protect haben wir hier noch, 17, vielleicht kriegen wir es ja hin, für 5, ja, ja, komm, 7%, 8%, 9%, 10%, okay, Alter, X auf 10 E, da, ah, nee, ich würde gerade sagen, das ist Waste Money, aber, oder, das war jetzt auch gerade Waste, 20 Pacing Attempts, nichts, okay, hier auf jeden Fall noch ein bisschen was zählen, wir haben hier noch Upgrade Attempts auf den Bloody Stick, haben wir noch S-Protects, Ah, Upgrade Attempts, 9, keine Minutes mehr, 4, uns haben wir noch, 2000, ja, das passt ja ungefähr, ungefähr gleich für Trice, und, äh, wenn nichts passiert, dann passiert halt nichts, dann können wir hier die hier usen, ist, da, mal einen Run machen, können wir danach machen, ja, schade Marmelade, wie viel sind wir jetzt in TUS, 18 Trice, ja, na gut, lassen wir erstmal so, würde ich sagen, äh, ich bräuchte halt nur eine Party, weiß nicht, ob du eine hast, Maze, oder ich schaute dann nach einer Party,